Musik Ja, hallo, 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 guten Tag, wir sind wieder da, wir sind in dem Hafen, dieses kleine Hafen in Agaristadt und wir fahren jetzt los, wir machen eine Runde draußen in den Atlantikmeer. Leute, Salama von meinem Ort, Mehdi von meinem Ort, Hassan von meinem Ort. Oh, 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 oh. Wir sind hier wieder mitten auf dem Meer. Wir sind im Paradies. Habt ihr was für Spaß? So geht es überhaupt nichts. Nirgends gibt es nur im Marokko. Hallo, meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück. Achso, wir sind jetzt in Agadir-Stadt wieder, aber wir sind in Alte-Kaswa hier. Alte-Kaswa, wie schätzen wir, das ist 61 oder 60. Das ist die Baujahr, oder? Weitere Ahnung. Genau. Und wir sehen jetzt die großen Bilder von Agadir-Stadt von hier. Kann man schon sehen. Und das steht bei euch hier. Das ist Antlantikmeer. Auf jeden Fall mehr Einwohner als Ulm. Safe. Dreimal so viele. Das ist Antlantikmeer. Das ist Antlantikmeer. Das ist Antlantikmeer. Wir fahren gerade Quad fahren in der Wüste. Wir haben es leider nicht in die Wüste geschafft, die Wüste wäre 800 Kilometer entfernt, aber wir sind hier ein bisschen außerhalb von Tagasoo. Was willst du von mir? Auf jeden Fall, jetzt fahren wir zurück, oder? Nein, nein, ich glaube nicht. Wir haben zwei Stunden lang. Oh, was? Ja, klar. Zwei Stunden lang. Echt? Ja, cool. Auf jeden Fall, wir fahren, das zieht voll nach links. Ich bin immer so... Wir fahren jetzt ein Abo! Das ist ein Abo! Das war's für heute Rästum. Bis später, mein Lieber. Ciao, auf Wiedersehen.